Was geht Leute, Danny hier. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein glückliches Spiel. Das Spiel wird dich happy machen. Es wird dich erfüllt. Es wird dich lieben. Es hat zwar ein glückliches Spiel, also ein happy game, aber wie wisst ihr alle, es wird dich glücklich machen, weil es eine Halloween rauskommen ist. Es wird wahrscheinlich ja dunkel sein. Bevor wir anfangen, schlack den Like-Button-Blauch und Abonnieren kostenlos. Okay, das ist süß. Sie malt da rum. Ich meine, bis jetzt sieht es wirklich aus wie ein happy game, tatsächlich. What? Sie geht schlafen, okay? Awww, das ist süß. Und jetzt? Äh, gute Nacht. Oh, okay. Sie schläft einfach. Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht erwartet. Oh Gott. Äh, was passiert da gerade? Warte mal. Wo sind wir? Drauf klicken, aufwarten. Das muss ein Albtraum sein, Leute. Ja, hundertprozentig. Das muss so was für ein Albtraum sein. Was? Oh, was soll ich tun? Ich kann ziehen. Ah, ich ziehe. Okay, das ist funny. Was für eine komische Steuerung ist es bitte? Keine Sorge, alles wird gut. Alter, es ist hier dunkel. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Albtraum ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Okay. Wow. Äh, hi. Geschenk. Okay, wir kommen da nicht dran. Wir müssen das Geschenk aufmachen. Okay. Okay. Ach, hier dran ziehen. Wow. What? Okay, ich bin jetzt ehrlich. So was würde ich nicht gerne als Geschenk nehmen. Aber okay. Äh, was? Einfach ziehen? Ja. Was zum Teufel? Alles klar. Das ist Cartoon Cat. Cartoon Cat mit it. Was bist du dort? Keine Ahnung. Was können wir mit dem machen? Können wir dich ziehen? Nein. Dich vielleicht? Auch nicht. Äh, ihm gefällt das, glaube ich, oder? Nee, kann er nicht sehen. Okay, warte mal. Was kann ich mit dem machen? Wow. Ich kann den nach... What? Alter, ich kann den nach oben ziehen. Oder nach unten ziehen. Oder nach links und rechts. Hä? Wie habe ich das gemacht, Leute? Okay, am Kopf kann man den ziehen. Okay, schön. Und das bringt mir was genau? What? Wow. Oh my God, okay. Äh, bei dir auch? Dasselbe, nee, ne? Oh. Er hat kein Körper mehr. Was zum Teufel? Okay. Das ist gerade einfach nur weird. Oh, die kenne ich, diese Dinger. Oh Gott, okay. Tele kenne ich auf jeden Fall. Ähm, Glocke aktivieren. Nein, keine Glocke. Okay. Was ist eigentlich mit diesem Cartoon Cat da los? Das frage ich mich gerade. Okay. Oh, vielleicht... Ah, oh, oh, oh. Nice. Oh my God. Wir können sie zu Dämonen machen. Was zum Teufel? Okay. Ist dir wahrscheinlich nur ein Gefallen? Die wollen doch alle nur Dämonen. Zählen Sie mal rein. Zählen Sie mal die Gegend hier rein. Das ist die falsche Gegend von einem kleinen Jungen wie dich. Das sage ich dir schon mal. Oh my God, wir haben alles richtig gemacht. Aber der, mein Screen-Vibrior-Shake. Oh nein, der arme Kerl. Er tut mir so ein bisschen leid. Er will einfach nur happy sein. Und dann passiert sowas. Was ist hier los? Alter. What? Okay, das war gerade gruselig. Oh, ein Ball. Okay. Ich kann nirgendwo hingehen. Ich kann den Ball aber berühren und dann wird alles hell. Oh, wir erinnern uns. Okay. Wer, der glaubt einen Ball, der Loser? Wer? Wer, du glaubst mal... Oh my God, der hat mal mal geklappt. Alter. Ich sag's euch. Kinder sind die schlimmsten, Leute. Kinder sind die schlimmsten. Zumindest manche. Okay. Das war crazy gerade. Also, wir durchleben gerade unsere gruseligen Traumas. Kann das sein? Oh ja, folge dem Ball, natürlich. Folge irgendeinem Ball. Das würde bestimmt gut gehen. Lauf, 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 lauf. Ich hab stehen, Ball. Ich werde nicht noch bekommen. Das wissen wir beide, okay? Wir wissen beide, dass ich dich noch bekommen werde. Du brauchst nicht rennen. Oh my God. Ähm, das ist gerade weird. Zieh... What? Hä? Kann ich hier lange rennen? Noch? Nee, doch. Ich glaub... Aber es könnte gefährlich sein, oder? Warte mal kurz. Was ist das hier? Oh. Oh my God, warte mal. Zieh das? Hallo? Wer ist das? What? Ich hab jetzt irgendwas in meiner Hand. Warte mal, kann ich auch weiter rennen? Oder geht's da nicht weiter? Oh, wir kommen einfach weiter. Wir haben irgendwas bekommen. Jetzt geht's einfach weiter. Äh, aber wie weit geht's bitte? Hä? Eine Wand. Oh, scheiße. Da geht's anscheinend auch nicht weiter. Können wir ihn nicht fallen lassen, vielleicht? Geht das? Nichts nicht fallen lassen. Hallo? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wir geben dem Teddy seinen Kopf zurück, oder nicht? Nein? Er hat doch keinen Kopf. Obwohl, der Kopf würde gar nicht draufpassen, aber... Okay, das ist weird. Warte mal, da ist noch was. Wie, was macht der jetzt? Er klatscht. Nice. Oh, mein Gott. Und der Kopf hier dran? Auch nicht. Das ist einfach nur weird, Leute. Ah, der hat Eier. Respektiere ich, respektiere ich. Was soll ich mal mit ihm machen? Okay, das ist einfach nur komisch, Leute. Was ist jetzt hier? Da ist noch mehr. Oh, du kommst hier drauf. Oh, mein Gott. Ich soll das ändern, oder? Oh, mein Gott. Pfeil nach da, okay. Oh, mein Gott. Was? Noch einer? Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Warte mal kurz. Äh, was soll ich mit euch machen hier? Ich verstecke euch mal. Vielleicht ist das andere jetzt auch oben. Und ja, da ist ein Ding. Ein Affenkopf. Okay, nehmen wir den mal in die Hand. Weil, wieso sollte man das auch nicht tun? Eigentlich muss ich den Affenkopf in die Hand nehmen. Das tut jeder, glaube ich. Da kommt der hier rein. Sehr schön. Warte mal. Haben wir alles gemeistert? Oh. Jeder kann irgendwas. Ich sehe schon. Okay, und jetzt? Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Oh. Oh, mein Gott. Wir machen Musik. Ach, du Kacke. Okay. Sehr tolle Musik auf jeden Fall. Ach, du Kacke. Okay, warte mal. Wir können... What the hell? Wir müssen Musik machen. Ach, diese Teile benutzen, ne? Ach, du Kacke. Sieht das crazy aus. Das Wort für dich ist das blutigste Rot, was ich je gesehen habe. Dieses Rot ist einfach so richtig rot. Oh, mein Gott. Der Angst. Armer Kerl. Oh, mein Gott. Alle sind tot. Das will auf jeden Fall ein... Wie viel alt sind wir? Fünfjähriges Kind? Sechsjähriges Kind? Okay, wir werden den Ball fallen. Hauptsache, wir bekommen einen Ball. Dann ist alles gut. Dieses Kind tut mir gerade so leid. Nein, ohne Scheiß. Okay. Was zum Teufel? Was geschieht hier gerade? Was ist mit dem Tellys? Ist mit der Rund los? Oh, mein Gott. Scheiß auf die Tellys. Was ist dieses Ding? Ja, natürlich. Ich glaube, da gehen wir jetzt rein, Leute. Oh, mein Gott. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel so happy ist. Bin ich ganz ehrlich. Oh, sein Arm bleibt dort. Ja gut, aber was können wir noch machen? Können wir vielleicht sein... Hä? Das ist echt weird gerade. Oh, nice. Ich glaube, wir können reingehen, oder? Nein, können wir nicht. Wir können es aber langziehen hier. Weird. Ah, das ist so eine Art Hebel. Dadurch können wir ihn... Ach, du Scheiße. Was ist das, Leute? Oh, was ist da drin? Wer bist du? Warte, können wir es rausziehen? Nein. Vielleicht jetzt hochziehen? Auch nicht. Alter, was ist das? Vielleicht weitermachen, bis es komplett kaputt geht? Nee, ne? Oh, 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 oh. Das ist auch ein Hebel. Die linke Hand. Oder die Rechte hergesagt. Ach, du Kacke, das Teil kommt raus. Was zum Teufel bist du? Okay. Oh, mein Gott, das hat ein Auge. Das Teil hat aber ein Auge. Ach, du Kacke. Okay. Danke für das Auge. Ich weiß nicht, dass du schätzen. Äh, danke. Das gönne ich mir. Oh, mein Gott. In dem Auge ist ein Vieh drin. Okay. Oh. Oh, da ist der Ball. Nice. Endlich. Oh, was? Äh, okay. Okay, alles gut, Leute. Hauptsache, wir lächeln. Solange wir lächeln, ist alles gut. Er stellt eigentlich die ganze Zeit den Ball. Man sieht ja gar nicht. Oh, glückliche Musik, endlich. Leute, vielleicht das Spiel doch happy. Was denkt ihr? Denkt ihr, das Spiel ist vielleicht doch happy? Ich glaube, es könnte sein. Ja, definitiv sogar. Wir haben hier ein sehr glücklicher Spiel. Ich glaube, es könnte einer der glücklichen Spiele sein, die ich hier gespielt habe. Oh, nein. Was jetzt? Okay. Äh, ähm, oh nein. Was ist das? Oh, hallo. Ähm, Arme? Alter. Oh. Oh. Oh, der Ball. Wir können den Ball damit holen, lol. Lass mal rein, so. Geht es nicht noch ein bisschen weiter nach oben? Ah, die Hände vielleicht nach dort, wo die Schatten angezeigt werden. Genau, so. So, und jetzt nach oben nochmal. Und jetzt ein bisschen nach... Ja, 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 ich sehe schon. Ich sehe schon. Und jetzt, warte, so und so. Okay. Das hätten wir. Oh, oh, warte. Das ist doch richtig, oder nicht? Und jetzt? Ja, was jetzt? Ist ja funny. Oh, 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 oh. Oh. Oh, mein Gott. Okay, das wird einfach nur... Wer hat sich das Spiel ausgedacht? Wir brauchen eine kleine Erklärung einfach mal, ne? Und jetzt wabbeln wir. In die Richtung natürlich, damit der Ball zu uns fällt. Hallo? Nein, zu uns. Hallo, das geht nicht. Ich kann nur auf die... Oh, er kann nur auf die eine Seite fallen. Das ist ja ärgerlich. Okay. Okay. Danke dir. Du, ähm, Ding. Ach, du Scheiße. Okay, was ist jetzt los? Ähm, warum sieht das Teil nicht so nett aus? Oh, mein Gott. Was kann ich jetzt an dir tun, ha? Deine Beine bewegen. Dein Kopf bewegen. Was soll ich an dir machen, ha? Was willst du? Was soll ich an dir tun, ha? Wo soll ich dich betatschen? Wo gefällt sie am meisten? Was ist gefällt dir hier am meisten? Oh, yeah, yeah, yeah. Ähm, okay. Das sollte dir niemand hören. Ansonsten werden die mich für komisch halten. Hm. Oh, wir können... Es erfolgt mich. Ach, du Kacke. Ich will nur mehr leben. Ich will nur sowas von nur mehr leben. Oh, mein Gott. Jetzt bekomme ich, oder? What? Haha, es ist tot. Ätschi, bätschi. Oh, nein. Wir sind so cute, Leute. Oh. Scheiße, da war doch der Ball. Er will doch einfach nur seinen Ball haben, aber er will doch gar nicht haben. Ich meine, manche Kinder würden für den Ball alles tun. Okay. Sogar durch das heftigste Hot-O-Szenario ever gehen. Was wir dort haben. Es ist wirklich das heftigste Hot-O-Szenario. Okay. Oh, da wäre Blut. Wundert mich doch ein bisschen, weil so ein Heffi-Spiel Blut. Ach, du Kacke. Okay. Was ist hier los? Ah, wir sollen... Ich sehe schon. Wir sollen die Teile vielleicht zusammenbringen oder so, oder? Nein? Soll ich diese Teile zusammenbringen? Oh, mein Gott. Warte mal. Wow, hallo. Oh, hi. Okay. Wow, das funktioniert. Ach, du Kacke. Ja, geil. Hä? Okay. Sieh das? Oh, mein Gott. Wie oft? Mehrmals, ne? So, nice. Okay. Jetzt haben wir das hier. Ja, wohin kommt das aber? Gute Frage. Kannst du die Hand nehmen? Nein. Entzug, Entzug, natürlich. Natürlich, Entzug. Wer hätte das gedacht? So, lassen wir sehen. Oh, da haben wir Pilze. Blasen zerstören. Aha. Okay, das macht sogar Spaß. Ich würde es aber befriedigen, die zum Explodieren zu bringen. Oh, so. Okay, und jetzt? Nochmal? Okay, Bücher. Das hier. Nochmal vielleicht? Nein? Das ist aber auch nur weird, Leute, was hier geschieht. Oh, das ist mehr Gegenstander. Hammer mit Nägeln. Okay. Ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass Hammer und Nägel etwas gruseliger an sich haben könnten, theoretisch. Oder nicht? Oh, wow. Okay, nochmal dasselbe. So, und boom. Okay. Oh, nice. So, das kommt dann... Ne, nicht dahin. Wer will das haben? Hier vielleicht willst du es haben? Nein. Auto, natürlich. Das Auto will das haben. War ja klar. Okay. Drehen, natürlich. Wow. Okay, bye. Wir sehen uns, Auto. Sandein, ich liebe dich. Oh, mein Gott. Was ist denn los? Ist das ein Hund? Ist das Scooby-Doo? Soll das Scooby-Doo sein? Wenn ja dann... Oh, warte mal. Der Hund gehört... Oh, oh. Das gehört hierhin. No. Okay, vielleicht noch ein bisschen andrehen, um eine andere Position zu fahren. Ich glaube, der Kopf gehört... Nein, hierhin glaube ich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass der Kopf hierhin gehört, ehrlich gesagt. Oh, scheiße. Okay, machen wir das selber nochmal. Drehen wir nochmal. Wir müssen an eine andere Position. Ja, funny. Es gibt auch nur zwei Positionen. Hä? Das ist echt weird gerade, Leute. Es gibt nur zwei Positionen. Was zum Teufel? Oh, kann das sein, dass er es in seine Hand bekommen will? Das könnte sein, oder? Okay, warte mal. Ich gebe mir das mal in die Hand. Maus. So. Und jetzt hier, bitte sehr. Oh. Und jetzt fahr los. Was jetzt? Oh, mein Gott. Es wird unbedingt losfahren, ne? Okay. Kaputt. Yes. Yes. Aha. Mein Kopf wird kompliziert an. So, bitte sehr. Endlich habe ich das eigenes Haustier. Okay, oder auch nicht. Vielleicht hätte ich doch auf ein Haustier verzichten sollen. Ich weiß es nicht, Leute. Oh, 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 oh. Okay, das kommt dann... Ähm... Hier ran auf jeden Fall. Okay, nice. Jetzt haben wir den Trommel. Geil. Okay. Wow. Da ist jemand drin in der Trommel. Tatsächlich erinnert mich sogar, dass einer irgendein Spiel. Ich weiß immer nicht, wann er was für ein Spiel. Ähm... Ja, das ist meins, würde ich sagen, oder? Lol. Okay, dafür, dass wir ein kleines Kind sind, können wir schon ganz schön gemein sein? Jetzt ist aber Teddy am Leben. Okay, was hat Teddy komisches an sich? Oh. Teddy hat einfach mehrere Köpfe. Natürlich. Das hat Teddy so an sich. Musst du mal bei deinem Teddy probieren. Einfach Kopf rausziehen. Mal gucken, ob da noch was anderes drin steckt. Okay. Alter. Okay, wie viele Köpfe sind da bitte? Hallo? Okay, warte mal. Das ist not weird. Ähm... Muss ich die ganze Zeit weitermachen? Ne, warte mal. Das sind aber dieselben Köpfe, ne? Okay. Wir haben hier auf jeden Fall einen Schuh. Ein Rubik's Cube. Und ein paar dieser Dinger. Ha. Und was soll ich dann machen? Ich meine, ich kann zwar den ganzen Köpfe ziehen, aber es bringt mir echt wenig gerade. Ah. Wir können auch einen Kopf in die Hand nehmen. Natürlich. Aber wohin damit dann? Äh, haut aber ab. Okay. Ich weiß ja nicht, wohin mit dem Kopf dann. Okay, den können wir nicht in die Hand nehmen. Welchen können wir den in die Hand nehmen? Den auch nicht. Also, er hebt dann die Hände, wenn man den Kopf in die Hand heben kann. Und zwar den hier. So, wir haben jetzt ihn in der Hand. Okay, nice. Schön. Oh nein. Ah, er ist schon wieder abgehauen. Ah, da lang. Ich weiß schon wo. So. Und du kommst jetzt hier rein. Perfekt. Nice. Das habe ich gar nicht gesehen. Zum Glück habe ich sie nicht gesehen. Oh. Äh, was kannst du? Oh, what? Oh. Ach, du Scheiße. Was ist bei dem Spiel schief? Okay. Und jetzt? Äh, interessant. Ah, zieh natürlich. Danke. Danke sehr. Ähm. Wohin damit? Oh, es ist ein Rubik's Cube. Nice. Das wusste ich natürlich, dass es da rein soll. Jetzt? What? Ach, du Kacke. Nichts. Oh, nicht dieses Spiel. Das hasse ich. Okay. In der Mitte. Okay. Ich kriege das hin. In der Mitte. Links. Rechts. Mitte. Es ist hier. Tja. Was? Okay. Du trollst mich gerade, oder? Okay, warte mal. Es ist links. Deswegen hasse ich das Spiel. Ganz genau deswegen. Es ist hier. Nichts? Ich dachte da, wo er seine Hände nicht hat. Es war doch jetzt links. Hä? Aber es ist doch links. Okay, warte nochmal. Rechts. Er hat verhandelt wird aus. Das heißt, es wird hier sein. Nein. Ist es rechts? Oh, mein Gott. Es ist doch rechts. Jetzt verstehe ich das gar nichts mehr. Lass mal seinen Hut abnehmen hier. Du feiger Lappen. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, ne? Okay, jetzt haben wir eine Ente. Geil. Oh, das war eine Ente. Ich dachte, das wäre ein Schuh gewesen. Sorry, Entlein. Oh, du blutest ein bisschen, Entlein. Ach, du Scheiße. Okay. Okay. Warte, warte. No. Oh, mein Gott. Das sind die gruseligsten Entengeräusche, die ich je in meinem Leben gehört habe. Okay. Wow. Alles klar. Natürlich. Happy Game, Leute. Nicht vergessen. Ist ein ganz Happy Game auf jeden Fall. Okay. Ein, äh... Oh, dieses Ding. Kommt hier hin. Na ja, natürlich. Nice. Okay, sehr schön. A, B... Was? Oh, mein Gott. Was genau machst du da? Okay, das ist einfach nur weird gerade. Das Game ist einfach nur weird, Leute. Muss ich wirklich sagen. Es ist auf jeden Fall selten, dass ich so ein weirdes Game sehe. Nice dance muss aber. Oh, gib mir das hier. Okay. Okay. Was genau machst du da? Okay, so. Ich glaube, wir sollen das offen halten vielleicht. Beide offen halten. So. Nein. Hä? Okay. Ich schicke das gar nichts, Leute. Was ist das für Dance-Woofs? So, wer hat dir das beigebracht? Hat dir jemand gesagt, das ist schön? Findest du das schön? Oh. Yeah. Oh, mein Gott. Okay. Nochmal. Vielleicht bei der rechten auch nochmal. Oh, nice. Nice. Sehr schön. Oh, Macarena. Ich sehe schon. Okay. Jetzt. Okay. Fun. Wirf. Jetzt. Nice. Nice, nice, nice. Und jetzt? Äh. Beide haben jetzt dieses Ding. Vielleicht macht der... Wow. Okay. Alter. Die Dance-Woofs sind unbeschreiblich. Echt geil auf jeden Fall. Okay. Okay. So. So. Ah, danke. Danke. Okay. Ähm. Okay. Auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben alle jetzt aktiviert. Und jetzt? Ähm. Äh. Okay. Wo sind wir jetzt? Oh, mein Gott. Da ist der Ball. Das lohnt sich auf jeden Fall sein Leben zu riskieren für den Ball. Auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Oh, mein Gott. Da gehört es mehr von mir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Was ist jetzt los? Leben wir noch oder nicht? Oh, mein Gott. Oh, nein. Was ist jetzt los? Oh, mein Gott. Hallo? Ach, du Kacke. Hat das Teil meine Seele geholt? Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn ja. Laden. Sag mir nicht, das Spiel geht noch weiter. Ernsthaft? Das Spiel geht noch weiter? Wow. Nicht schlecht. Oh, wir sind wieder zurück. Also, in der neuen Gegend erscheint. Mit dem neuen Teddy. Oh, hi. Du bist auf jeden Fall mit guten Absichten hier bestimmt, ja. Du siehst so aus, als würdest du mir nicht schaden wollen. Okay. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Alter, wie blöd kann man sein? Jetzt sagt er das Teil. Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Okay. Warte mal. Ich bin jetzt auf einer Wiese. Wow, das sieht aber schön aus hier. So war ich auch immer auf, Leute. Genauso. Genauso war ich auch. Nicht anders. Genau. Oh, hi. Oh, guck mal. Fröhlicher Hase. Der ist bestimmt gar nicht dämonisch. Der ist bestimmt gar nicht dämonisch, Leute. Der will doch nur spielen. Seht ihr das nicht? Oh, eine Glocke. Oh. Oh, ähm. Ja, die Glocke hat aber immer Spaß, dann geläumt zu werden. Okay, lass mich raten. Ich soll auch da reingehen. Alles klar. Was sind die Dinge eigentlich? Wir gehen? Ja. Okay. Wir sollen da rein, oder nicht? Oh. Oh. Okay. Weird. Was genau? Aber gut, Leute. Ich war das Video für das mal stehen. Lasst du nicht den Like-Button blau zu schlagen. Abonniert. Und dann sagt ihr wieder locker. Und bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal.